Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 10. Juli. Heute haben wir dabei Stranger Things, Apple MacBooks, Android TV, Chromecast und Donald Trump. Beginnend tun wir mit Stranger Things. Das ist eine extrem beliebte Serie auf Netflix und da ist jetzt gerade am 4. Juli die dritte Staffel gestartet. Und die hat auch wieder sehr gutes Feedback bekommen. Die Leute sind zufrieden, schreiben drüber. Die zweite Staffel war anscheinend nicht so toll. Aber ja, die Staffel hat auch Rekorde gebrochen. Denn sie wurde in den ersten Tagen seit dem 4. Juli von 40,7 Millionen Haushalten gestreamt. Und das hat noch nie eine Serie auf Netflix in den ersten vier Tagen geschafft. Und von diesen 40,7 Millionen Haushalten haben alleine 18,2 Millionen Accounts direkt die ganze Staffel durchgeguckt. Das sind acht Folgen. Also ich gehe mal davon aus, wir werden da auch eine vierte Staffel von bekommen. Denn der Erfolg spricht ja für sich. Ja, der Erfolg war wohl nicht mehr so da für das Apple MacBook 12 Inch. Denn das wird jetzt eingestellt. Das 12 Inch MacBook hat ja so diese neue Ära der MacBooks im Voll-Alu-Design ohne leuchtenden Apfel eingeläutet. Und kam damals mit einem USB-C-Port sehr minimalistisch, aber dafür auch ultra kompakt an den Markt. Hat aber die letzten Jahre irgendwie, ja, keine richtige Zielgruppe mehr gehabt. Und anstelle das Gerät abzudäten, wurde es jetzt einfach aus dem Programm genommen. Gleichzeitig hat Apple aber auch die anderen MacBooks aktualisiert. Wie zum Beispiel die MacBook Airs. Die haben jetzt die True Tone-Technologie im Retina-Display für besseres Sehererlebnis. Und gleichzeitig wurde der Einstiegspreis auf 1249 Euro gesenkt. Und bei MacBook Pro wurde auch der Preis für das Einsteigergerät auf 1499 Euro gesetzt. Und da hat das 13 Zoll MacBook Pro auch jetzt anstelle der Tasten auch eine Touchbar. Das war ja das einzige MacBook Pro, was keine Touchbar hatte. Und das ist jetzt eben so auch versorgt. Hat natürlich auch Touch-ID. Und egal, ob es MacBook Air oder Pro ist, es gibt auch wieder Back-to-School-Aktionen für Studenten. Die bekommen die Geräte günstiger, beziehungsweise auch noch was dabei. Google und Apple und Amazon. Die verstehen sich ja nie so richtig toll, wenn es um die Sache Streaming geht. Da wurde ja schon oftmals das Gerät aus dem Vertrieb genommen bei Amazon. Und dann wurden die Apps nicht mehr zur Verfügung gestellt für die anderen. Aber in den letzten paar Monaten hat es sich ja so ein bisschen beruhigt. Und alle sind wieder nett zueinander. Und deswegen ist jetzt auch Amazon nett zu Google. Und hat die Amazon Fire TV App... Ne, nicht die Fire TV. Die Amazon Fire TV hat nämlich eine YouTube-App bekommen. Da war Google nett. Aber jetzt war Amazon nett und hat die Amazon Prime Video App nämlich wieder in den Play Store gestellt. Und so kann man sich auf einem Android-TV-Gerät oder einer Setup-Box oder auch auf einem Chromecast dann entsprechend Amazon Prime Filme angucken. Also schön, dass die sich wieder lieb haben. Für uns Kunden ist das natürlich sowieso besser. Und letztes Thema für heute ist Donald Trump. Da hat jetzt ein Gericht in New York entschieden, dass Präsident Trump nicht mehr einfach so Accounts blocken kann, die ihm gegenüber kritisch sind. Also auf Twitter. Denn dann können diese Twitter-Accounts ja nicht mehr den Stream des Präsidenten lesen. Und das ist gegen freie Sprache. Und wenn das ein offizielles Amt ist und dieses Twitter dafür benutzt zu kommunizieren, dann muss das auch jedem Bürger verfügbar gemacht werden. Und das hat das Gericht so gesagt. Nicht, dass man ja, wenn man auch geblockt ist von der Person uneingeloggt, sich dann trotz allem den Feed angucken kann. Aber natürlich taucht es auch nicht mehr durch den Algorithmus in der Timeline auf. Ja, das kann man so oder so sehen, ob das jetzt ein Rückschlag ist für den guten Donald Trump. Er wird es wahrscheinlich so sehen. Denn generell bin ich ja durchaus dabei, wenn das halt ein offizieller Account ist vom Staat, dann muss allen Bürgern auch der Zugriff gegeben werden. So, und das war es auch schon für heute. Ich hoffe, ihr habt einen großartigen Mittwoch, Mitte der Arbeitswoche oder Schulwoche bei euch. Je nachdem. Bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.